Wie es was geht? Kurzes Update-Video hier, ganz kurz mit dem Handy aufgenommen, wird da nicht groß oder sowas, geeditet irgendwie. Ganz kurzes Ding, ich hab Corona. Mega, mega geil, super, mega geil, super, mega geil. Mir geht's aber tatsächlich ganz gut, ich hab keinerlei großen Symptome, außer dass ich nicht so gut rieche. Und dass ich ein bisschen sad bin, dass tatsächlich momentan keine Hauptvideos kommen können, denn ich kann ja auch bisschen nicht in die Halle gerade rein und da irgendwie arbeiten, weil ich bin halt ansteckend ab Corona. Bin mal gespannt, wann ich aus der Quarantäne raus kann. Das weiß ich noch nicht genau, das krieg ich alles noch mitgeteilt. Viel wichtiger ist jetzt erstmal, dass ihr auf dem neuesten Stand seid, was das Videocontent angeht. Weil eigentlich hatten wir geplant, diese Woche noch eine Menge fette Videos zu drehen und zu machen und zu tun. Das klappt natürlich nicht, das heißt, dementsprechend wird es auf dem Hauptkanal dieses Mal wieder ein bisschen weniger Content geben. Vielleicht drehe ich hier noch ein, zwei Videos von zu Hause aus. In dem Rahmen, was möglich ist, bin ich ja an sich ganz fit. Ich kann halt nur nicht mit anderen Leuten drehen. Dafür gibt es aber regelmäßig Ablass auf dem Gaming-Kanal, meine Freunde. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, ganz, ganz wichtig. Mega, mega geil, super, mega geil. Da gibt es durchgehend tatsächlich Craft-Attack. Nein, macht er nicht. Oh mein Gott. Macht er nicht, macht er nicht! Digga, was für ein Wig... In deinem Haus, in... Junge, what the fuck, wie schnell wir sind. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die Jungs! Ja! Max, dein Erzfeind ist einfach Fan von mir, verstehst du das? Ihr müsst euch vorstellen, Trimax hat einen Erzfeind gehabt. Trimax! Und ich bin auch daily live bei Craft-Attack. Wir haben gestern, glaube ich, sechs Stunden und das muss gestreamt. War auf jeden Fall ein sehr stabiles Ding. Neues Gaming-Video ist auch heute jetzt, quasi zu diesem Zeitpunkt schon wieder online. Also auf jeden Fall den Gaming-Kanal auschecken. Und ja, das ist Phase gerade. Ich bin sehr froh, dass ich doppelt geimpft bin und es mir wirklich dementsprechend gut geht. Also da auch nochmal vielleicht der kleine Reminder und Shoutout an die Impfung. Hat auf jeden Fall geholfen. Wer es noch nicht getan hat, do it auf jeden Fall. Und ja man, so viel dazu. Ich melde mich die Tage wieder oder bin heute Abend auch wieder gegen 18, 19 Uhr irgendwie live im Stream. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Checkt den Gaming-Kanal aus, da ist heute wieder eine neue Folge, wie gesagt, von Craft-Attack online gegangen. Und ich glaube, morgen geht es mit einem vorproduzierten Abbot weiter. Heiden Sieg wird kommen. Mega, mega geil. Und dann gucken wir mal, was wir die Woche noch so machen. Ich bin auf jeden Fall wieder auf dem Wege der Besserung. Kuss für euch sofort. Ich bin mir sicher, dass es eine Menge Genesungswünsche in den Kommentaren sind. Also auch danke dafür. Schüsst eure Herzen. Macht's gut. Auge rein. Bis dann. Ciao, ciao.